Was? Ich bin... Was war das denn? Hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Runde Smash auf dem Shotbow-Server. Ja, heute kommt leider kein Attack auf dem Beating. Du kommst ja nie wieder Leben draus. Ah, falsch! Junge! Alter! Ich darf mich kein Unterverlagern! Okay, David, warum kommt denn heute keine Attack auf dem Beating? Weil YouTube scheiße hin! Naja, ich glaube, es liegt nicht an YouTube. Doch, es liegt an YouTube. Vielleicht liegt es ja auch an Google Plus. Alter, warum treffe ich dich nicht? Wo bist du denn? Ich habe gerade Probleme irgendwie so ein bisschen. Ich kann dich nicht schlagen! Alter, das gibt's nicht! Jetzt habe ich den zweimal geschlagen und dann fliegt er genau da drüber! So unfair! Ist nicht unfair! Ist auch voll fair, dass ich jetzt schon 84% habe! Na, oi! Ui! 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 Los, flieg runter! Dich hol' ich mal! Ey, warum? Zum blöd da hoch zu kommen! Nein! Ui! 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 Äh! Liegt das TNT da? Oder? Nein! Das war ein Fail! Ich dachte, das wäre ein Teil, was da noch liegt! Ja, das war nämlich mein TNT! Boah! Ich kann dich nicht schlagen! Was soll das denn? Verpiss dich jetzt! Verpiss! Du hast 200%! Wie viel... Wie kann... Oh! Hä, was war das denn? Weißt du, wie war ich dich gerade weggeflogen? Was ist das denn gerade? Weißt du, wie weit ich gerade weggeflogen bin bei mir? Ich fliege damit! Du hast ja auch 216%! Alter, das ist unglaublich! Der hat 238... 272%! Und der fliegt nicht runter! Das... Das gibt's doch nicht! Ja, hoffentlich funktioniert das endlich mal wieder meine Hacks, ey! Letz... Die letzten... Aber die letzten Runden... Ja, ich denke noch... Wiii! Uiuiuiuiui! Oh! Hehe! Lalalalala! Alter! Ich sollte vielleicht hier abbauen und vielleicht nicht über die Brücke gehen! Äh, warum fliege ich gerade bei mir? Hörst du mich eigentlich noch Bescheid? Weil deine... Ja, jetzt wieder, aber ich weiß nicht... Du stehst bei mir! Na, jetzt nimm mal! Dann hatte ich gerade einen kleinen Lecks! Lecks! Uiuiuiui! Alter, hat's mich in den Vulkan reingeprescht! Oh ne, jetzt fliege ich schon wieder! Nix funktioniert gerade! Ja, natürlich! Wo bin ich? Ich... Ist klar! Alter! Wenn du das jetzt schaffst! Alter, wenn du... Mann, es funktioniert nicht mehr! Weil es sogar... Oh, diese Kack-Internet-Verbindung! Ich habe nämlich einen kleinen Trick rausgefunden, der jetzt wegen meinem Kack-Internet nicht funktioniert! Ja, aber ich komme da nicht hoch! Oder wie? Das ist unglaublich! Ah! Was meinst du denn, du? Oh, ich habe Angst! Ah, da verfolgt mich jemand! Alter, kannst du mir jetzt... Boah! Ein bisschen raushauen! Nicht... Ja! Ich verstehe nicht, warum sich die Typen, obwohl sie 150% haben, kein einziges Scheiß-Flock-Ding bewegen! Ja, ich habe den jetzt schon mal in die Lava gehauen! Also jedenfalls... Nein, nein! Geh doch da raus! Und... Alter! Man nimmt in der Lava so derbe viel Schaden! Das ist unglaublich! Komm, komm, komm! Junge, 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 Junge! Und wieder! Ja! Und wieder! Das ist unglaublich! Oh! Oh! Teufel! Da bin ich hochgeflungen! Whoever! das war irgendwie so eine Karte los ja mich hat zehn Kilometer in die Luft gehauen und ich habe gebrannt hatte nur 100 irgendwas Prozent war plötzlich tot in dieser Karte ich habe keinen Bock mehr nehmen wir es einfach warm ich bin schon wieder drüber aufregen also wie gesagt heute nur eine kurze Runde wie ihr gesehen habt was weiß ich wie lang es ist 6 6 Minuten oder so auch super und er ja blablabla fertig exigenste ich verliere das nein wir noch da jetzt noch und jetzt immer doch nein jetzt immer er wird zu haben er hat Prozent ja also kann sein dass wir irgendwann noch was mehr spielen wenn es euch gefallen hat und er schreibt es an die Kampagne in der Bibel oder in die Kommentare das ist ja bis zum nächsten Mal Tschüss